Wusstet ihr schon, dass etwa jeder Fünfte bereits im Oktober und ein Drittel der Deutschen im November mit dem Weihnachtsgeschenke-Shopping loslegen? 25% fangen erst im Dezember die Suche nach passenden Geschenken an. Nur etwa 1% sind Last-Minute-Shopper und gehen an Heiligabend noch einmal in die Geschäfte. 2% sind Last-Minute-Shopper und gehen an die Geschäfte.